Jo mal und was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren War Thunder Part meiner ist das natürlich und heute spielen wir einen neuen Modus, nämlich den Assault Air Arcade. Im Endeffekt ist es, wie ihr das vielleicht schon von anderen Spielen kennt, Gegner kommen in Wellen, ihr müsst da aufhalten, da ist das Ananas und meiner Meinung nach ist dieser Modus relativ schwer an War Thunder, da ist halt, der Gegner kommt von 4, naja von 4 Punkten, wie ihr gerade sehen könnt, von 5, sorry, und ihr habt halt nur eine gewisse Anzahl an Fliegern in eurem Team logischerweise, ihr könnt auch sterben und alles mögliche und das wahrscheinlich, naja, das Schwierigste daran ist, es kommen einmal Bomber, also große Bomber, schwere Bomber, Wellington zum Beispiel von Prieten, es kommen einmal kleinere Fliegerchen und obwohl die kleineren Fliegerchen halt nur Jäger sind und die relativ easy zum Snacken sind, werfen die halt auch nochmal Bomben ab, das heißt, man muss halt diese Base unten beschützen und ihr könnt euch vorstellen, wenn da so 6, 7, 8 Wellingtons drüber fliegen, dann ist das eins nicht gut von Nice, ich kann her. Hier ist es die KI 49. Tatsächlich muss ich sagen, dass die großen Jäger am schwierigsten sind, generell um runter zu kriegen, äh, die großen Jäger, die großen Bomber, ähm, denn sie teilen ja aus mit ihren Gunner, da ist der Vorteil, der Jägergeschwader, sag ich mal, die halt die 50, 60 Kilo Bomben unten dran haben, ähm, die greifen die nicht an, ja, also die greifen die halt komplett nicht an, aber diese Kollegen hier, die sind echt hart und ich finde die Japaner sind tatsächlich am schlimmsten damit, denn auch diese normalen Jäger, äh, die ich gerade eben schon erwähnt habe, ähm, das sind halt schwere Jäger bei den Japanern und die haben auch Bordgunner und ihr könnt euch vorstellen, dass die Bordgunner halt auch schießen und das ist dann halt dementsprechend blöd, wenn ihr versteht, was ich meine. So, in diesem Modus bekommen wir auch XP für die Flieger und alles mögliche Wissenschaftspunkte, äh, allerdings nicht so viel wie beispielsweise in den normalen Arcade, realistischen und Simulatoren schlachten, ähm, darum ist es eigentlich überhaupt nicht Werf, aber es ist ein ziemlich cooler Mode, den Zeug sind auch für die Panzerfahrer demnächst geben und, ähm, ja, let's do this, I guess. Es ist wie gesagt fucking schwer, darum rechne ich gar nicht, dass wir hier auch einen Runder bekommen, gleich am Anfang, äh, hier, die Spitfire geht optimistisch rein, aber ihr seht jetzt schon, okay, kritisch getroffen und wir werden auch gleich Incent gehittet von den Gunnern, die Gunnern sind echt hart geskillt hier. Es ist schon immer generell schwierig, Bombe anzugreifen, wenn der Spieler die Gunnern hochgemacht hat, also hochgeskillt hat, ihr könnt ja eure Besatzung dämen, oh, fuck my life, Alter. Da hab ich da Kollege angeschossen. Man kann auch landen und so, es ist allerdings nicht zu empfehlen, das zu tun. Da wir eh sterben werden, gehen wir Harakiri, glaube ich. Also ein bisschen mehr YOLO-like. Es bringt nämlich nichts dagegen zu fliegen gegen die Dinger. Fuck. Ja, das ist halt das Problem, das ist halt echt hart. Ähm, selbst, ähm, mit Russen halt so, es gibt ja immer, es gibt ja immer den Warfunder, diese vier Fraktionen oder fünf. Eigentlich vier. Und selbst, ähm, wenn ihr die Russen spielt, also die Leute, die neben den Deutschen und den Engländern wahrscheinlich die stärksten, ähm, Jäger haben, ist es ziemlich schwer, die Bombe runterzukriegen. Auch wenn ihr mit einer Jagd-3P-Utos so da reingeht oder generell mit den Jagdfightern. Das ist echt hart. Ähm, das ist echt hart. Ähm, ich hab den, also als der Modus rauskam, das ist schon, ich glaub, eine Woche her oder so. Ähm, da waren die Leute auch hier ziemlich freundlich, man hat sie mal abgesprochen und so. Ähm, mittlerweile ist es nicht mehr so. Ähm, aber das ist eher so ein Fun-Mode. Und im Endeffekt ist dieser Bonus, den ihr bekommen durch XP, beziehungsweise generell die XP, ist eigentlich nicht der Rede wert, dass man es spielen sollte. Ähm, dennoch ist es cool. Ich hab damit auch mein, also ich hab die ganze Zeit eigentlich nur Japaner geflogen, weil ich zur Zeit die Japaner auch spielen möchte, unter anderem. Äh, und ich hab die Japaner ein bisschen erforscht dabei, so wirklich ein bisschen. Das heißt, wenn, wenn ihr euch, keine Ahnung, ihr seht, das Fadenkreuz ist gerade geaimt und ungefähr so viel hab ich nach, also so, der Durchmesser vom Kreis hab ich ungefähr nach, keine Ahnung, 20 Runden oder so gehabt. Und normalerweise ist es nach einer bis zwei Runden so. Ich kann davon, ob ihr einen Booster habt oder nicht. Aber wir gehen immer mal davon aus, dass ihr keinen Booster habt. Ach du heilige Scheiße, hab ich aber nochmal ziemlich gut durchgekommen. Okay, die Gander sind hier doch nicht aktiv. Ich hab euch vorher ein bisschen Bullshit erzählt, aber ist ein... Oh doch, Neverminds. Oder hab ich ein Kollege wieder angeschossen? Ich mein, Friendly Fire als generellen Warfinder ein Problem, da es gibt halt... Oh... Dieser Leute, die abusen es halt, um die Teammates abzufucken. Get down, get down, get down, get down, bitte, get down, bitte, get down. Heilige Scheiße, man. Hast schon gar nichts mehr gesehen, solange hab ich die ge... Hier sind die Gander aber nicht so schlimm, wie ihr merkt. Aber sie sind trotzdem ziemlich nervig. Ich drehe erst mal ab. Hat so keinen Sinn. Der Grund, unser Motor wird auch leicht beschädigt, wie ihr am Schadensmodell sehen könnt. Nicht so schlimm beschädigt, aber halt schon ein bisschen. Ich muss nachladen. Aber bald wieder MG-Munition. Und MG-Munition beim Japsen ist halt... Es ist... Es ist... Es ist... Nicht der Rede wert, tatsächlich. Man kann es nicht als Munition eigentlich... Bezeichnen, wenn ich ehrlich bin. Was hat er geschrieben? I only ever survive by doing... Heron... Drive... Naja... Das ist halt echt hart. Das ist echt sick. Ich merke es hier auch nochmal ab und an Crown Forces, diese Haubitzen, die ihr sehen könnt. Und die tun halt, was Haubitzen tun. Sie bombardieren halt eure... Ähm... Ja... Das, was ihr beschützen sollt. Eure Base im Endeffekt. Und das ist dementsprechend blöd, wie ihr euch vorstellen könnt. Easy Kill Seal. Ich gehe mal gleich hier weiter so ein KI... Oh... Fuck. Ist nur KI 49 da? Oh... Fuck my life. In 192 war die KI 45er. Also die stärkeren Jäger, sag ich mal. Aber leck mich am Arsch, ey. Ich will die echt nicht... Ich will die echt ungern facen. Und das ist... Das ist... Nicht hart. Wie gesagt, XP-technisch lohnt sich das nicht. Aber wenn ihr War Thunder habt und ihr habt das noch nicht gespielt, weil ihr denkt... Hey, lohnt nicht. Habt recht. XP-technisch lohnt sich das nicht und Forschungspunkte mäßig. Aber... Wenn ihr einfach mal datteln wollt oder ihr habt ein Kollege, der neu bei War Thunder ist... Es passt sich auch an eurem Rang. Also... Ihr wisst ja, das Rangsystem hier... Durch die Forschung... Durch die... Flugzeugstufen... Ähm... Ja... Ihr könnt ihr mit dem... Anfänger gut spielen, weil... Online ist es halt meistens so... Das erste, was euch negativ aufstoßen wird bei War Thunder... Ihr werdet immer gewonnen hätte... Weil euer Pilot halt... Äh... Wenig Vitalität hat... Wenig Leben... Wenig Ausdauer und alles Mögliche... Und... Ähm... Das ist dann ziemlich frustrierend... Naja... Es passiert immer noch im... Äh... In den höheren Tiers... Wobei ich sagen muss... Ähm... Das ist schon okay... Dass der Pilot relativ schnell ausgeschaltet werden kann... Ab und an ein bisschen blöd... Aber... Kannst du es halt War Thunder... Und... Ähm... Ja... Hier ist halt der Vorteil... Wie gesagt... Das einzige, was euch auf den Zack gehen wird... Sind die großen Bombe... Aber... Könnt auch ein Kollege einfach sagen... Und das ist auch ziemlich... Eigentlich ziemlich gutes... Ähm... Naja... Ich will nicht sagen Tutorial... Aber... Ihr könnt ja durch echt lernen... Wie ihr Bombe wirklich bekämpft... Effektiv bekämpft... Ähm... Das Problem ist halt wirklich... Ihr seht... Es sind einfach... Neun Bombe... Plus Minus... Und das ist... Das ist... Das ist... Ne? Ich... Ich... Ja... Guck mal... Vor allem die Japsen haben... Ziemlich gute Bombe... Neben den Briten... Faktiv... Faktiv... Ey... Faktiv... Das... Das ist so hart... Die Japaner sind so stark... Ihr meint... Ihr habt hinten einen Ganner... Nach oben raus... Sie haben hinten einen Ganner... Nach unten raus... Frontal... Mindestens ein Ganner... Das hart... Und ich weiß nicht mal die Munition... Was da ist eingestellt ist... Aber das ist schon hart... Das ist echt Sigmann... Die Japsen... Die haben das... Das Dissen... Echt too strong actually... Das ist so fucking... Strong... Ach du heilig scheiße... Sie sind durchgekommen... Die KI 45... Ihr seht auch hier... Da... Wo das blaue Ding ist... Ähm... Das ist unser Leben von unserer Base... Wir standen glaub standardgemäß bei 200... Und wie gesagt... Jeder Flieger hat Bomben... You know... Aber an sich bockt sich der Modus halt schon... Also er macht halt echt Laune... Aber... Ihr könnt glaub echt nicht gewinnen... So... Es ist halt dieses typische... Hey... Verteidige deine Base... Und versuch zu gewinnen... Aber ihr könnt hier nicht gewinnen... Ihr könnt hier nicht gewinnen... Es gibt keine Möglichkeit... Wie ihr gewinnen könnt glaube ich... Das ist echt hart... Ähm... Das ist ziemlich sick... Wie schwer das ist... Oder wie... Wie... Na was heißt schwer... Es ist halt einfach... Ein Krieg ne... Ihr könnt halt nicht immer alles bekämpfen... So... Ähm... Das ist echt hart... Das Gute ist wie gesagt... Das ist Arcade so... Im Endeffekt... Da ist ihr habt da auch keine Beeinflussung... Wenn ihr so eine Scheiße macht... Zum Beispiel... Wenn ihr plötzlich mal eure Klappen anmacht... Und die sollen eigentlich abreißen... Oder sonst irgendwas... Ähm... Ja... Interessant für Newbies... Denke ich mal... Vor allem... Alter... Manchmal sind die Japsen... Die sind so strong... Mit manchen Fliegern... Was mir echt aufgefallen ist... Bei War Thunder... Ich weiß es nicht natürlich... Wie es historisch korrekt ist... Und alles mögliche... Aber ich würde mal behaupten... Ähm... Dass jeder Nation... Wirklich gute Flieger hatte... Die einen natürlich stärker als die anderen... Und so weiter und so fort... So die Jax zum Beispiel... Oder die MIG von den Russen... Waren... Denke ich mal berüchtigt... Von den Deutschen... Die Ju... Also Sturzkappenbomber... Äh... Sturzkampfbomber... Sorry... Und halt eben die BFs... Oder die Focke Wolf... Bei den Briten... Logischerweise... Die... Ähm... Hurricane... Und die Spitfire... Ich glaube... Wirklich die Flüchtesten... Und die Generation... Hat halt wirklich so das... Wo du sagst... Hey... Das macht die Nation aus... Und darum spiele ich so gerne... Tatsächlich die Japaner... Denn es gibt halt die Zero... Im Endeffekt... Und... Das ist halt... Ich weiß nicht... Ich finde... Ich fand es immer cool... So die Japaner... Flieger und so... Das Problem... Bei den Japanern ist... Ähnlich wie bei den... Äh... Das ist die einzige Aktion... Wo ich denke... Die Flieger sind stark... Wenn du gut... Also du musst halt den richtigen Winkel haben... Dann... One-Hit ist du teilweise auch... Auch schon im Early-Game... Weil du einfach einen kritischen... Damage machst... Äh... Damage machst... Und... Das ist halt schon sick... Blöd gesagt... Aber... Du bist halt... Du bist aus Papier... No joke... Es ist... Es kommt eine Focke-Wolf vorbei... Die... Die sagt Hallo... Und du bist RIP... Das ist... Das ist... Extrem bei den Japanern... Natürlich... Eine Focke-Wolf ist... Is fucking strong... No joke... Aber... Puh... Auch die Yaks oder so... Du wirst mit Japaner... Und so oft... One-Hitted... Äh... Mit den leichten Jägern... Oder mit den Abfang-Jägern... Es ist... Nicht mehr feierlich... Aber... Wenn du mal dran bist... Und du hast den... Du kannst den Pilot... Raussnipen... Dann sind die Japaner echt gut... Und generell... Wenn jetzt ein Flieger... Angenommen... Ihr fliegt jetzt so... Also ihr fliegt so ran... Und macht so eine Rechtskurve... Eine Linkskurve... Da ist der Flieger... Normalerweise... Immer ein bisschen... Angreifbar... Oder ziemlich gut angreifbar sogar... Und die Japaner nutzen das komplett aus... Ja natürlich... Flieger ist immer angreifbar... Wenn ihr halt wirklich so dumm fliegt... Weil die Japaner gefühlt... Ihr One-Hitted alles... Gefühlt... Ja... Das ist echt hart bei den Japsen... Aber wie gesagt... Der Nachteil ist einfach... Ihr seid aus Papier gefühlt... Das ist... Das ist echt hart... Ohne Witz... Ja... Ich spiele die Japaner so gerne... Aber es ist so frustrierend... Wenn du einen Booster aktiv hast... Zum Beispiel so ein 500% Booster oder sowas... Der gilt halt nur für eine Runde... Und wenn du dann immer gewone-shotted wirst... Von der Tempest... Oder von der Hurricane... Oder von der Focke Wolf... Oder von der BF... Oder von irgendwas... Auch von anderen KIs oder so... Also KI... Zum Beispiel die Japaner... Ja... Oder die Zeros... Und was es alles gibt... Dann ist es schon ziemlich frustrierend... Weil... Dann bringt dir der 500% Booster halt... In dieser Runde nichts... Und das ist halt echt sad so... Und ich habe mir gedacht... Für diese Woche... Hey... Machst du dann nochmal so ein Part... Denn... Im Endeffekt... Ist dieser Modus... Meiner Meinung nach... Ziemlich interessant... Er kommt auch glaube ich... Relativ okay an... Bei der Community... Weil es halt mal komplett was anderes ist... Ich denke auch... Dass es dann mit den Panzern zu sein wird... Dass es dann nochmal einen Schub bekommen wird... Im Sinne von... Ähm... Ja... Es spielen halt wieder noch mehr Leute... Diesen Modus... Weil... War Thunder ist ja mittlerweile nicht mehr fliegen... Im Endeffekt... Das war ja mal eine ziemlich lange Zeit... Nur so... Ähm... Flugzeuge... Mittlerweile sind auch Panzer schon seit Jahren drin... Und die Panzer sind halt... Äh... Haben auch... Gefallen... Den Großteil der Community... Weil es besser als World of Tanks ist... Sagt man... Ich spiele die Tanks nicht... Ich habe damals World of Tanks nicht lange gespielt... Weil es meiner Meinung nach... Total Pay to Win war... Das sagen auch viele über... Ähm... War Thunder im Endeffekt... Aber... Jeder hat seine eigene Meinung logischerweise... Und... Ja... Ne... Und dann gibt es halt auch bald Schiffchen... Und eigentlich kann hier... World of Planes... World of Tanks... Und World of Warships... Kann eigentlich einpacken... Weil War Thunder hat als Eis in einem Spielverein... Und... Wenn es irgendwann mal wirklich Schlachten gibt... Wo alles in einem Battle drin ist... Dann freue ich mich... Dass das... Das glaubt das Ziel was War Thunder... Ähm... Machen möchte... So... Wir haben unsere tägliche Schlacht Trophäe bekommen... Bekommen wir nochmal Booster... Kein Geld Booster... Wir bekommen natürlich ein Geld Booster... Ich... Ich brauche kein Geld Booster... Ich bin so rich bitch... Eigentlich... Woll eigentlich nicht... Die Erbsen sind ziemlich teurer bei Reparaturkosten... Und ihr seht hier... Ihr seht das hier... Wir haben plus 230 Forschungspunkte bekommen... Als wir was erforschen... Und hier... Wir haben hier... Was haben wir hier bekommen... Ähm... Kann ich das sehen? Ich kann es hier nicht gezeigt... Anzeigen was wir plus bekommen... Doch können wir... Plus 90 haben wir hier bekommen... Und hier auch nur plus 40... Das ist echt hart... Also... Für Experience und Money lohnt sich der Modus definitiv nicht... Äh... Für alles andere lohnt sich der Modus aber... Also wenn ihr lernen wollt... Und alles mögliche... Dafür lohnt es sich... Und... Ähm... Station 1 bis 8... Bekommen uns 1000 Silver Lines... Also die... Normale Währung... Und dann nochmal eine Währung... Die Kriegsanleihen... Da kann man dann für Kriegsanleihen... Also für diese... Dollarzeichen... Kann man sich Sachen kaufen... Allerdings muss ich sagen... Das ist ziemlich teuer... Ähm... Weil ihr habt immer nur 30 Tage Zeit... Und wenn ihr immer nur eine Mission macht... Weil ihr nur auf einer Stufe seid... Dann... Ah... Genau... What I mean... It's... 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 Und... Da ist das Problem bei den Japanern natürlich... Ähm... Wie gesagt... Sie sind... Können stark sein... Aber sie können genauso gut... Eigentlich gewone-shottet werden... Und das ist mir aufgefallen... Dass es bei den Japanern halt einfach wirklich... Extrem schlimm ist... Wobei ich halt wirklich sagen muss... Es ist ein leichter Jäger... Ich glaube dass es historisch korrekt ist... So einigermaßen... Ich kenne mich in der ganzen Materie nicht aus... Aber es gibt ja hier... Es gibt auch hier... So eine ganze Enzyklopadie gibt es... Ja... Ähm... Ja... Es ist ein interessantes Spiel tatsächlich... Ich weiß... Ich weiß... Ich sag das viel zu oft... Dass mir War Thunder gefällt... Und es wirkt wahrscheinlich so als würde ich... Promotion und so bekommen... Aber... Ihr seht in der Infobox keinen... Den Link... Oder wo ihr euch anmelden könnt... Und wo ich dann sage... Hey... Die Stars... Damit bekomme ich irgendwas... Ingame... Findet ihr bei mir nicht... Warum? Weil ich mir sage... Hey... Wenn euch War Thunder gefällt... Wenn euch mein Let's Play einigermaßen gefällt... Wenn euch das interessiert... Dann schaut ihr auf... Geht auf die Website... Oder... Schaut euch auch noch andere Videos dazu an... Vielleicht sogar die Trailer... Und was weiß ich... Schaut vielleicht sogar auf Facebook... Was weiß ich... Ja... Oder ihr geht einfach auf Steam... Und downloadet euch das Game... Oder auch normal über den Launcher... Also... Ihr braucht nicht Steam dafür... Da brauche ich nicht irgendwie noch Eigenwerbung für mich machen... So... Weil War Thunder ist eins der Spiele... Ich spiele das 200 Stunden... Plus Minus... Ja... Ich glaube jetzt so 250 mittlerweile... Und... Ich spiele es immer mal wieder... So... Es zieht mich immer zurück... Das ist teilweise so wie Minecraft... Ja... Ich habe auch wieder... Jetzt neu... Eigentlich... Actual heute... Heute ist Dienstag... Ähm... Habe ich wieder Minecraft angefangen... So... Auf Michi Server... Und... Ich habe eigentlich die ganze Zeit gesagt... Hey... Minecraft juckt mich nicht immer die Stars anders und so... Habe ich eigentlich total gesträubt... Blöd gesagt... Äh... Minecraft zu spielen... Weil es ist halt Minecraft... Und... Mit Modpack und so... Selbst da... Juckt es mich wenig... Und... Mein... Jetziges Let's Play... Was heute... Heute der letzte Teil auch kommen wird... Um 15 Uhr... Gerne nochmal reinschauen... Wenn euch das interessiert hat... Mein Minecraft Story Mode Episode 1 Let's Play... Dann... Ja... Na... Ist halt einfach ein cooles Spiel so... Ist ein ziemlich cooles Spiel... Ich habe gerade geschaut... Ob ich Voice Shattern habe... Weil der Typ so... Fragezeichen geschrieben hat... Oh... Wir sind diesmal auf der Seite... Auf der Seite verliere ich immer... By the way... Ist jetzt schlecht... Aber wir müssen Kills machen... Und wir brauchen irgendwas... Wir müssen irgendwie rein... Wir haben einen 30% Booster... Und 20% Booster... Für 5 Runden... Ähm... Ja... Booster bekommt ihr auch... Wenn ihr euch immer... Einloggt und so... Also... Ohne Witz... Ich weiß... Viel zu viel Werbung für das Game... Und viele Leute werden sagen... Hey... Warum machst du so viel Werbung? Hey... Das Spiel ist nicht so gut... Ich muss halt sagen... Hey... Ja... Das Spiel ist schon geil... Ich weiß nicht... Es ist schwierig zu sagen... Für einen Außenstehenden... Hey... Warum feierst du das Spiel? Und im Endeffekt... Wow... Da kommt ein Japsel von mir... Heilige Scheiße... Da hat er mich beinahe gecrashed... Mein Freund... Ja... Das ist auch nicht so schlimm... Wir haben den Assist gemacht... Das gibt uns... Wir müssen was... Platz 1 oder 8... Ne... Mindestens so... Heilige Scheiße... Eigentlich einen falschen Mode... Obwohl es sogar einen richtigen Mode... Aber die falsche Map dafür... So... Vorherrschaft... Was es ja ist... Im Endeffekt... Vergleichen wir mit Call of Duty... Oder Battlefield Herrschaft... Ähm... Ist eigentlich... Einer der besten Modis... Nur auf Kills zu gehen... Und auf XP... Weil... Wenn ihr irgendwann mal... Dabei seid... Beide Flugplätze... A.k.a. Flacken 1 genommen zu haben... Da geht das schon ab... Und dann hier... Machen wir noch... Das Doppelschlag... Und so ein Shit... Weil wir die XP brauchen... Das ist auch ein Japse hier... Ne... Die J2M... Aber freue ich mich schon... Das ist eins der nächsten Fliegerchen... Die ich das... Das hier erforschen werde... Und jetzt... Das ist... Das ist so cool... Ich feiere dieses Spiel einfach... Sorry... Dass ich es immer erwähnen muss... Aber es ist einfach eigentlich... Ein gutes Spiel... Und ich... Kann verstehen... Dass Leute so sagen... Hey... Woffern... Das ist nichts für mich... Aber im Endeffekt... Es ist nichts anderes als ein Shooter... Als ein MMO-Shooter... Wo ihr... Besser werdet... Indem ihr spielt... Und ein bisschen Zeit investiert... Und halt Sachen erforscht... Und so... Mehr ist das nichts... Ja... Aber wie gesagt... Ich kann verstehen... Das Leute das nicht mögen... Finde ich teilweise schade... Ich würde es auch gerne mit Caps... Zum Beispiel spielen... Denn dass ich denn... Das Video auch anschauen würde... Mit Johnny... Aber für beide ist es leider nichts... Das ist halt echt zählt... Weil... Im Team ist es halt echt sick... Dass ich es sogar echt gut absprechen... So... Hey... Geh mal auf die Foggy Wolf... Oder so... Oder... Hey... Komm... Ich spiele dann Ringman... Die Stars... Ananas... So... No Flirterino... By the way... Abschluss... Ey... Das ist eine KI 43... Die will ich nicht facen... Und ich weiß... Wie gut der Flieger sein will... Ich... Muss mir irgendwo... Versuchen... Bei meinem Team zu bleiben... So ein bisschen wenigstens... Jetzt face ich die KI... Weil da... Mehrere drauf gehen... Und die ist auch schon weg... So... Auf jeden Fall Platz 3 bis jetzt... Oh... Wir gewinnen das halt echt rapide... Äh... Das kann da jetzt ne... Das ist... Das muss sich... Auch teilweise ne... Äh... Eine Spitfire zu face... Ist teilweise auch ziemlich dämlich... So... Frontal... Und geht nichts rein... Mein Name ist nicht da... Tatsächlich... Oh... Ich hab grad... Sein Madison reingeflogen... In die Hurricane... Und wisst... Wisst ihr... Was mein erstes... Spielerlebnis mit War Thunder war... No joke... Ich hab mir so gedacht... Oh cool... Schon nice und so... Die Stars... Das normale... Wenn ihr ein neues Spiel anfangt... So diese normale... Äh... Auffassungsskal von Menschen... Und dann hatte ich das Gefühl... Wo ich meine erste Seeschlacht hatte... Mit... Also wo... Beziehungsweise eine Schlacht hatte... Wo es Zerstörer gab... Und ich bin dann zu stören... Wirklich vorbeigeflogen... So... So wie jetzt... Und... Das Flack und alles hat geschossen... Das war sick... Ich glaub... Wenn ihr das Spiel mal ausprobiert... Ihr werdet wirklich... Merken... Was ich meine damit... Das ist... Oh shit... Ich bin RIP... Der kann Muni mehr... Das... Das war echt hart... Das war damals echt... Echt nicht schlecht... Und jetzt immer noch so... Wenn ich immer mal einen Nahen Zerstören oder so... Ein Flacks vorbei... Fliege... Das ist einfach so... Dieses Gefühl... Oh nein... Was passiert... Wenn das mich jetzt trifft oder so... Das war schon immer cool... No Choke jetzt... Ne... Aber es ist ein dritter... Äh... Wir haben keinen einzigen Kill... Na für 3 SS... Und 4 KI... Ähm... Was mir auch an diesem Spiel gefällt... Ist einfach... Du hast ja hier das Jetwheel... Und antworten... Kannst immer... Ja... Nein... Und so machen... Und oft ist es so... Immer gute Teams... Oder witzige... Spiele sind immer so... Wenn einer sagt... Hey... Können wir das und das machen... Und 2 machen erstmal so... Nein... Negativ... Da hast du hin... Aber hinter bist du noch... BF oder? Sind wir nicht noch die BF? Na da ist der Kill... Dann kam der Japse... Das ist übrigens die Zero... Was wir fliegen... Oder ein Modell der Zero... Oh fuck... Oh fuck... Dann haben wir ihn gestriffen... Dann haben wir ihn gestriffen... Unser Flügel ist am Arsch... Nicht so schlimm aber... Oh fuck... Was mit ihm? Bisschen anschießen... Das wurde Lolz... Gut... Unser Flügel ist... Ist ein bisschen am Arsch... Macht aber nichts... Ach ja... Dieses Spiel... Ich glaube das einzige Spiel... Wo ich wirklich schwärm... Außer Borderlands 2... Was ihr damals mit einem Kumpel von mir gespielt habt... Das war... Wow... Sonst gibt es echt wenige Spiele... Wo ich so schwärm... Das ist echt hart... Wie Spatman... Tut mir echt leid für euch... Wenn ihr das wirklich euch durchzieht... Wenn das einer hinbekommt... Und uns die ganzen Parts... Angeschaut hat... Also alle Parts aus den allerersten... Vor zwei Jahren oder so... Oder vor einem Jahr... Schreibt es mal in die Kommentare... Oder macht so eine Liste oder so... So eine Statistik... Überhaupt nicht sagen... Boah... Das Spiel ist cool... Das Spiel ist geil... Ähm... Und so weiter und so fort... Macht mal bitte... So eine Statistik... Das würde ich echt mehr gerne wissen... Oh fuck... Oh lol... Hahaha... Geil... Wir haben eine... P-B-Y... Getorhitted... Getorhitted... Leck mich am Arsch... Schaut euch das Biest an... Und wir... Boah... Mit dem Pilot ausgeschalten... Alter... Wie wir sie gefickt haben... Leck mich am Arsch... Das war hart... Glaub der hat ein Torpedo... Ne... Der hat kein Torpedo gelarcht... Das hätte er früher gemacht... Ausgelassen... Achja... Wobei man aber auch... Ehrlicherweise sagen muss... Damals als... Wir hatten früher nur ein PC... Den PC von meinem Vater... Das war ja so ein Arbeitsrechner... Und... Ich denke mal... Ihr kennt das noch... Also viele von euch sind noch... Auf jeden Fall safe aus der Zeit... Wo es bei Computerbild Spiele... Immer so diese... Gratisspiele gab... Zum Beispiel... Also das Magazin kostet halt 6 Euro... Da ist ein guter... Relativ okayer Titel dabei... Damals war ein Spiel dabei... Ähm... Was halt wirklich auch so eine Art... Flugsimulator war... Ähnlich wie War Thunder... Also wirklich Arcade-lastig... Man konnte halt auswählen... Und ich habe immer nur eine Schlacht gespielt... Immer... Hinter mir ist einer... Immer nur eine Schlacht gespielt... Und es waren... Die Amis... Gegen die Japsen... Ich glaube... Weder was... Mightway... Pearl Harbor... Vielleicht sogar... Wirklich halt die Schlachten auch... So relativ realistisch... Nach... Nachgemacht und so... Ich glaube zwar irgendeiner... Eine Schlachtform Midway... Oder Pearl Harbor... Irgend so was... Und... Das hat mich damals... So geflasht als Kind... Wie alt war ich da? 10... 11... 12... Allerhöchstens... Und ich glaube... Da hat sich so meine Liebe... Zu solchen Spielen entwickelt... Die Arcade-lastig sind... Also wirklich... Eine gute Steuerung haben... Das ist wichtig... Gameplay... Oberste Stelle... War Thunder erfüllt das... Wir können wirklich auswählen... Maus... Vereinfachte Maus... Joystick... Controller geht zum Beispiel auch... Glaube ich... Das ist echt hart... Und GGS auf jeden Fall... Auf jeden Fall... GGS Boys... Auf jeden Fall... GGS... So... Zart ausgeblendet... Kann man vielleicht ein... Thumbnail machen... Und ja... Ähm... Ich glaube... Davon kommt die Liebe... Glaube ich... Zu solchen Spielen... Und was bekommen wir... Naja... Über neuen Motor für die... 344... 2... Hi... Loll... Platz im Team dritter... Tatsächlich... Loll... What the fuck... Okay... Was haben wir die gemacht... Rockwave... Destroy the most AI... Ships units... If zero players have... Okay... Auszeichnung... See... Aha... Doppelschlag... Ich glaube... Und Abschusshilfe... Viermal... Also insgesamt... Eine Vierer-Abschuss-Serie... Und das... Ah... Okay... Spielerstatistik... Tatsächlich... Einmal so schlecht... Also... Naja... Was heißt nicht schlecht... Kills technisch... Überhaupt nicht... AKD-technisch neutral... 2-2... 5 AI... Äh... Ne... Wie viel AI... Stehst du nicht dran... Ich glaube... Ich habe zwei Schiffe kaputt gemacht... Zwei AI-Schiffe... Und halt eben... Fucking... 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 Viele Assists... Man... Äh... Das ist echt hart... Ich hatte glaube auch schon ein Spiel... Wo ich nur Assists bekommen habe... Gefühlt... Und ähm... Ja... Wir haben es genügend... Wir haben einen neuen Motor bekommen... Am I right? Ja... Den haben wir auch schon ausgerüstet bekommen... Nice... Kaufen wir erstmal das neue Flugwerk... Dann glaube ich... Wir... Wir können ja ein Safe erforschen... Nehmen wir erstmal das teurere... Oder? Ich meine... Im Endeffekt ist das am schlauesten... Machen wir erstmal neue MGs... Weil... Wir können es gerade... Kaufen wir gleich... Und dann... Machen wir einen neuen Kompressor... Das sollte passen... Und ja... Ähm... Ich hoffe euch hat es... Und wir können hier noch die Belohnung erhalten... Dankeschön... Kann ich jetzt mit meinen Kriegsanleihen... Was kaufen? Wie habe ich denn? 120... Ich würde ja echt gerne sparen... Also wenn das nicht... Also ich behaupte mal... Das ist nur ein monatliches... Seht ihr hier glaube ich... Oder hier ist... Also... Zehn Tage noch mal... 20 so Dinge... Äh... Mir erspiele... Kriegsanleihen technisch... Die ich auch nicht mit Echtgeld kaufen kann... Das wird nichts... Glaube ich... Weil ich würde echt... Die KI 100... 200... Äh... KI 102... Wir holen... Oder halt irgendeinen Flieger... Ich meine... Gut... Das ist ein Premium Flieger... Seht ihr hier... Aber ich müsste jetzt hier kein Echtgeld dafür ausgeben... Zum Beispiel... So... Und Informationen gibt es ja hier... Auch alles hier... Kann es hier alles anschauen... Schutz... Kennt ihr ja... Oh Gott... Ist euch das Wiki oft gemacht... Sorry... Das wollte ich gar nicht... Und... Ja... Eigentlich hätte ich die schon gern... Naja... Vielleicht nächsten Monat... So... Ich hoffe euch hat ein paar... Ein bisschen länger heute... War Thunder... Wir haben PVE-Schlachten gespielt... Wir haben ein normales Arcade gespielt... Und ja... Weil euch das gefallen hat... Lass gerne eine positive Bewertung da... Lass einen Kommi da... Und für den... Der halt wirklich Bock hat... So eine... Strichliste zu machen... Sag ich mal... Wie oft hier... Spiellobe... Also... Wären die Spiele jetzt nicht... Wenn ich so Jolo-mäßig das sage... Ihr wisst was ich meine... Dann... Macht das bitte... Okay... Das wäre echt cool... Und... Ja... Bis nächstes Mal hoffentlich... di deinen... Bede... Rappen... Lass einen Verregister... Schauspieler... Ja...